Bitte betrachten Sie dieses Video und auch meine anderen Videos nicht als Statement für irgendeine Ideologie, die Sie in mich hineininterpretieren, sondern ich möchte lediglich die Automatismen, die Dialektik unserer Wertelehre erklären, die auf all unsere Entscheidungen sich auswirkt. Egal wie frei wir glauben, unsere Entscheidung getroffen zu haben. Aber nicht so rosig sieht es eben beim Thema Gleichberechtigung aus und auch das ist ein Wirtschaftsfaktor und das will ich als Mitglied sowohl im Wirtschaftsausschuss als auch im Frauenausschuss auch gerne betonen. Die neue Frau unserer Gesellschaft ist ein Mann. Und wenn sie eine Frau, eine Mutter braucht, dann holt sie sich diese vom Arbeitsamt. Vorbilder bilden, das ist das Motto der Thinktanks auch hier in Deutschland. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Gründe. Es gibt vorgeschobene Gründe und es gibt wirklich echte Gründe, die hier eine Rolle spielen. Der Grund Nummer eins ist, es gebe nicht genug qualifizierte Frauen. Ein Blick in unsere Hochschulen beweist das Gegenteil. Und schon jetzt gibt es auch beispielsweise bei FIDA, bei der Bertelsmann Stiftung, bei der Bertelsmann Stiftung, bei der Bertelsmann Stiftung, bei der Bertelsmann Stiftung, einen Pool von High Potentials von möglichen Kandidatinnen für Aufsichtsräte. Begrüßen Sie nun zum Festvortrag der heutigen Preisverleihung die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Frau Dr. Angela Merkel. Applaus Tja, meine Damen und Herren, Kunst kommt von Können. Das haben wir gerade eben wieder gesehen. Liebe Familie Mohn, sehr geehrter Herr Minister Rau, sehr geehrter Herr Thielen, sehr geehrte Vertreter der Citizen Foundation aus Großbritannien, verehrte Botschafter, meine Damen und Herren. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Bertelsmann Stiftung und der Familie Mohn für die Einladung zur Verleihung des Karl-Bertelsmann-Preises bedanken. Ich bin gern nach Gütersloh gekommen. Das gibt mir die Gelegenheit, der Bertelsmann Stiftung Dank zu sagen. Dank zu sagen für ein umfassendes gesellschaftliches Engagement in vielen Bereichen. Dank zu sagen für Dinge, die weit in die Zukunft hineinreichen, von denen wir alle profitieren. Und ich hoffe, es gibt eine gute Zukunft für diese Bertelsmann Stiftung werden. In diesem Jahr haben Sie ein Motto gewählt. Vorbilder bilden. Gesellschaftliches Engagement als Bildungsziel. Damit ist nicht gemeint, dass Vorbilder, also Führungsetagenpersonal, eine bessere soziale Bildung erhalten, sondern es sollen lediglich vorbildliche Muttersäule wie von der Lein und Schröder in die oberen Etagen unserer Wirtschaftswesen wechseln. Schließlich handelt sich bei diesen neuen Entlassungen zugunsten der Frauen nur um Männer, eben das zweite Geschlecht. Das Geschlecht, das über tausende von Jahren die Frauen ausbeutete. Und jetzt sind die Frauen an der Reihe. Jetzt wird der Mann eben unterdrückt und aufgrund seines Geschlechtes gemobbt. Das ist nur gerecht. Die weiblichen Vorbilder für die nächste Generation der Studenten müssen in Position gebracht werden. Koste es, was es wolle. Genau diese Frauen leisten sich dann Nennies, also Dienstmädchen, aus der unteren Schicht der Gesellschaft, die ebenfalls ihre Kinder in den Kinderkrippen abgeben dürfen, aber nur gegen Bezahlung. Wenn sie sich noch Kinder leisten können. Damit sie ihre Dienstleistung Mutter, die zuvor in Ausbildungsstätten erlernt werden muss, an die Eliten verkaufen können. So werden Arbeitsplätze geschaffen. Denn schließlich pflegt die obere Schicht ihre Brut, nicht mehr selber. Das ist Marktwirtschaft. Das ist ökonomisches Denken und Wertschöpfung aus dem unteren Bereich der Gesellschaft. So erzeugt man Wirtschaftswachstum und Zwangskonsum auf Kosten von Familie und Bildung. Wir wollen insgesamt, wenn ich das noch hinzufügen darf, auch die Absetzbarkeit von Angestellten oder Haushaltshilfen noch verbessern. Also zum Schluss stelle ich mir vor, dass der Haushalt wie ein Arbeitgeber behandelt wird. Dass der Haushalt wie ein Arbeitgeber behandelt wird. Dass der Haushalt wie ein Arbeitgeber behandelt wird. Dass ich alle Beschäftigungen, die ich im Haushalt anbiete, praktisch nicht versteuern muss und damit Arbeitsplätze schaffe und wie ein kleines Unternehmen wirke. Das ist der Weg, aber den schafft man nicht von 0 auf 100. Die Dienstwagen, die waren schon seit der Bundesrepublik absetzbar. Mit den Kindern hat es eine Weile gedauert. Das spricht nun auch Bänder, aber wir sind jetzt eigentlich gut dabei. Bildung gibt es nur noch ausschließlich in Schulen. Egal, was sie uns erzählen. Die eigentliche Bildung sollte aber im Elternhaus stattfinden. Da durch die Familien- und Bildungspolitik bereits so viel an Wissen aus der Familie verloren ging, weisen Industriestaaten ein immer höheres Defizit an Wissen auf, das mit Schulbankdrücken niemals mehr aufgeholt werden kann. Wir sind ein armseliges Volk von Spezialisten. Sogar das Kochen muss mittlerweile über Kurse erlaubt werden. Ebenso die Säuglingspflege. Da keiner mehr im Umkreis imstande ist, sein Wissen weiterzugeben, weil er keines mehr hat. Ja, wir sind ein Volk von Deppen mit Zertifikaten und Auszeichnungen. Wir schreien ja förmlich schon nach dem Elternführerschein. Nach Fachausbildern, die das Dreiradfahren den Kindern beibringen. Und eine Sandkastenpolizei dürfen wir natürlich nicht vergessen. Schließlich muss sich jeder an die Regeln halten. Und die Kinder müssen Bildung erhalten und wissen, wann sie berechtigt sind, ihre Sandkastenschaufel dem anderen auf den Kopf zu hauen. Noch besser erlernen unsere Kinder ihre soziale Kompetenz durch Rollenspiele. Der eine ist der Richter, der andere der Rechtsanwalt und wieder der andere das Opfer bzw. der Täter. So lernen sie schon im frühen Alter, unter welchen Bedingungen Gesetze wie wann umgangen werden können, um den Kuchen des anderen berechtigt und legal zu zerschmettern. Aus dieser stumpfsinnigen und einseitigen Verbildung der Menschen kann sich nichts Innovatives mehr entwickeln. Aber die großen Auffindungen kamen nicht aus den Hirnen irgendwelcher ausgebildeten Fachingenieure, sondern von Tüftlern, meist aus fachfernen Berufen. Diese Allgemeinbildung ist längst aus der Bevölkerung verschwunden und kann mit Bildung in Schulen und Kursen nicht mehr aufgeholt werden. Das Wissen ist weg und kommt durch die politisch-wirtschaftlich motivierten Maßnahmen im Bildungswesen nie mehr zurück. Wir brauchen keine Frauen in Führungsetagen, die wie Männer entscheiden und Massenentlassungen eben im schicken Kostüm anstatt im Armani-Anzug verkünden, sondern wir brauchen andere Lehrpläne, die nicht Massenentlassungen und Lohnkürzungen als Gewinnsteigerungsmaßnahme, als Wissensgrundlage in Universitäten beigebracht bekommen. Die vielbesprochene Ethik in der Wirtschaft existiert nicht. Es gab einen Hauch von Ethik in der ersten Generation von Unternehmern nach dem Krieg. Und sie verschwand mit den Erben. Es gab tatsächlich mal eine Zeit, in der Unternehmer stolz darauf waren, ein Dorf oder einen Teil der Kleinstadt durch ihre Arbeitsplätze zu ernähren. Heute ist jeder Gehaltscheck ein Martyrium und eine Folter für jeden Chef. Vor allem für die in den Führungsetagen, die keinen Skrupel haben, ihre überhöhten Gehälter aus den Produktionshallen herauszupressen. Es gab tatsächlich Unternehmer, die gerne ihren Lebensstandard drosselten, um Arbeitsplätze für das niedere Volk zu erhalten. Also niemanden, um sein täglich Brot bringen wollten. Die schlaflose Nächte durchlebten, weil sie auch nur einen Arbeiter aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage entlassen mussten und mit der betroffenen Familie litten. Diese Demut ist nirgends mehr zu erkennen. In Schulen steht dies nicht auf dem Lehrplan. Es gilt als Schwäche. Dieses Wissen wird lediglich noch in Familien vermittelt. Doch aus Erfahrung weiß man, wer schlechte schulische Leistungen hat, verfügt über hohe soziale Kompetenz. Solche Schüler sind natürlich nur noch prädestiniert für die niederen Arbeiten, denn Menschen in Führungsetagen mit sozialer Kompetenz würden den Gewinn schmälern. Soziale Kompetenz eignet sich nur noch für die untere, also für die auszubeutende, für die abzuschöpfende Schicht unserer Gesellschaft, eben für den asozialen Abschaum. Nicht umsonst wird das Ehrenamt in unserer Gesellschaft immer mehr nach oben gelobt und eingefordert. Und ich würde mich daher freuen, wenn von dem Symposium, das gestern stattgefunden hat, und wenn von der heutigen Preisverleihung ein Impuls ausginge, der Engagement als Bildungsziel zur ganz normalen Selbstverständlichkeit in allen deutschen Bildungseinrichtungen machen würde. Gesellschaftlicher Einsatz als Bildungsziel, die Vermittlung von Freude am Engagement, das ist für mich auch ganz eng verbunden mit der Vermittlung von Werten. Von Werten, auf denen unser Verständnis von Gesellschaft und Staat aufbaut. Und da nenne ich zuerst die Freiheit und die Eigenverantwortung. Sie stehen dabei nie allein. Für ein gedeihliches Miteinander ist vielmehr Freiheit mit Toleranz, Eigenverantwortung mit Solidarität verbunden. Und nicht zuletzt müssen wir auch verstehen, Gerechtigkeit von Gleichmacherei abzugrenzen. Die Menschen sind unterschiedlich. Jeder hat seine Persönlichkeit, seine Stärken und seine Fähigkeiten. Und deshalb muss jeder einzelne Mensch Entfaltungsräume für das, was er kann, bekommen. Und wenn ich mir die Bundeskanzlerin von 2007 so anhöre, stelle ich fest, dass sich die Wahrheitbewegung bzw. die Infokriegerbewegung in keinster Weise von den Zielsetzungen der Regierung bzw. von den Wünschen der Eliten unterscheidet. Sie ergänzen sich sogar, weil sie beide der gleichen Werte, Lehre und der Logik unterliegen. Der Rentner soll für seine Rente, die er von der Allgemeinheit bezieht, kostenlos arbeiten, so wie der Hartz-IV-Empfänger für seinen Lebensunterhalt für einen Euro die Stunde zu arbeiten hat. Auch diese moralische Einstellung trägt zur effektiveren Wertschöpfung in den unteren Gesellschaftsschichten für die Oberschicht bei. Damit ist die Moral als grundlegendes Instrument zur Aufrechterhaltung unserer Wertelehre und Wertschöpfungsberechtigung enttarnt. Mit diesen Frauen hält die soziale Kompetenz in Führungsetagen auf jeden Fall keinen Einzug. Denn in diese Positionen kommt man nur, wenn die soziale Kompetenz nicht mehr vorhanden ist bzw. abtrainiert, also abgebildet wurde. Nur die harten, skrupellosen in Kostümen schaffen diesen Job. Vielmehr ist das ein Entlassungssignal an die bösen Männer dort, die mittlerweile verweichlichen und einen Hauch von sozialer Kompetenz aufweisen. Diese Frauenquote in den Führungsetagen ist unnötig wie ein Kropf. Das erkennt man daran, dass es keine Männerquote bei den Putzfrauen oder bei den berühmten Tippsen gibt. Auf solch eine Frauenquote kann ich persönlich gerne verzichten, denn Frauen sind die besseren Männer. Das ist das Resultat der Gleichmacherei, was nichts mit Gleichberechtigung zu tun hat. Schließlich gilt jede Hausfrau, die zurück in den Beruf will, als unbeugsam, als inkompatibel zur restlichen Belegschaft. Aus diesem Grund darf die Babypause nicht zu lang werden. Optimal wäre, wenn sie erst gar nicht stattfinden würde. Es ist nicht einfach, sich das Denken wieder nur bis zur Schreibtischkante anzugewöhnen. Getroffene Managerentscheidungen dürfen nicht in ihrer gesamten Auswirkung auf die Komplexität der Belegschaft zu Ende gedacht werden. Das wäre soziale Kompetenz, also ein No-Go in der heutigen Zeit. Und so werden Hausfrauen als neue Mitarbeiter für Null-Kompetenz-Arbeitsplätze verwertet. Die Frauenquote bringt also keine Frauen in Führungsposition, sondern Männer in Kostümen. Sie unterdrücken besser und effektiver. Schließlich starten sie aus der Opferrolle heraus. Und jede Frau, die nicht sein will wie ein Mann, wird deshalb genauso diskriminiert. Nur eben dieses Mal nicht von einem Mann, sondern von einer Frau. Und das ist dann moralisch gerechtfertigt. Diese Frauen wollen ihre ehemaligen Peiniger bestrafen und der Welt beweisen, dass sie alles noch besser und härter können als ihre männlichen Vorbilder. Diese Generation von Frau ist mir persönlich zuwider. Wahrscheinlich entwickelt sich demnächst eine neue Frauenmode mit ausgebeulten Hosen, die die feminine Männlichkeit an den richtigen Stellen unterstreicht. Wobei zu bedenken ist, dass männliche Cowboys in Zukunft in den Führungsetagen öfters ein- und ausgehen. Auch in Brüssel werden die weiblichen Nutten eine Stagnation der Nachfrage erfahren. Aber es gibt vielleicht dann eine Erhöhung der Männerquote bei den Strichern, was wiederum als Erfolg für die Frauenquote in den Führungsetagen gewertet werden kann. Auf der anderen Seite tut sich ein riesiger Graben auf. Sollen sich alle Frauen emanzipieren und zum Mann werden? Wer putzt dann? Vielleicht die Abiturientinnen, die nur mit 2,0 abschnitten? Das ist der Krieg der Geschlechter. Beide wollen Mann sein. Und die Frau kauft man sich dann auf dem Arbeitsmarkt ein.